Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Trettmann von Trettmann in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinyl Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Trettmann von Trettmann, das Ganze am Freitag, den 13. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap und wie immer werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. So, einmal hier vorne einschneiden, durchziehen, jawohl. Und dann lässt sich das hier wunderbar öffnen. Und so sieht das Ganze dann aus. Also, wir haben hier das Cover des Albums und hier sehen wir passend zum Albumtitel auch den Guten Mann abgebildet. Also, Trettmann hier neunmal zusehen, sieht irgendwie aus wie so ein Kunstdruck oder so ein Gemälde. Hat auf jeden Fall für mich jetzt schon irgendwie so ein bisschen Kultfaktor. Habe ich in der Form auch noch nie gesehen bei einem Deutschrap-Cover, so eine Splittung hier auf neun Bereiche. Gefällt mir richtig gut. In schwarz und weiß, Trettmann hier, ganz klassisch, wie man ihn kennt, mit Kappe und Sonnenbrille. Es ist das dritte Soloalbum von Trettmann. Die Box werde ich euch auch noch vorstellen, heute eben die Vinyl Edition. Hier auf der Seite lesen wir nur mittig, Trettmann und hier unten noch die Katalognummer, SFR38. Also, SFR steht in diesem Fall für Soulforce Records. Auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier elf Stück an der Zahl. Und wir haben hier Features von Chazes, Ali, Neumann und Keke. Also, ich muss ehrlich sagen, diese beiden Features habe ich bisher noch nicht gesehen oder noch nicht gehört. Sorry, falls ich die eventuell falsch ausgesprochen habe. Vielleicht heißt die Dame auch Ellie Neumann. Ja, hier haben wir noch die Credits und einen Barcode. Wie man es von Trettmann kennt, hier lesen wir es, alle Songs, produziert von Kitschkrieg. Das ist ja das Produzententeam aus Berlin, mit dem Trettmann so gut harmoniert. So, dann haben wir hier einmal die Vinyl. Und dann schauen wir noch nach, ob... Nein, hier ist nichts weiter drin. Also, so sieht dann die Verpackung der Vinyl aus. Also, das Ganze kommt natürlich hier in so eine Papierhülle. Und hier haben wir jede Menge Fotos und Eindrücke von Trettmann hinter den Kulissen. Also hier Studioaufnahmen oder Aufnahmen vom Konzert, von irgendwelchen Auftritten. So sieht das aus. Natürlich alles wieder klassisch in schwarz und weiß gehalten. Die Rückseite auch wieder in diesem Stil gehalten. Dann schauen wir uns mal die Vinyl an. Die ist auch, wie zu erwarten, klassisch in schwarz gehalten. Also, ganz reguläre Vinyl. Hier in der Mitte dann in weiß und schwarz. Trettmann. Hier haben wir wieder das Cover abgebildet. Also zumindest einen Teil des Covers. Und dann lesen wir hier A-Seite. Nachdem es 10 Tracks sind, gehe ich mal stark davon aus, dass es 5,5 aufgeteilt ist. Und auf der Rückseite haben wir dann die B-Seite. Jawohl. So sieht das aus. Dann packen wir die Vinyl mal wieder rein. Ich schaue jetzt nur noch mal kurz zur Sicherheit. Aber ich glaube, auch hier geht... Nein, auch hier ist nichts weiter zu sehen. Alles klar. Dann packen wir die Vinyl mal wieder rein. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigte schwarze Vinyl. Beidseitig natürlich mit A- und B-Seite. Das Ganze kommt in dieser Verpackung, in dieser schwarz-weißen Papierhülle. Und das Ganze dann in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Ich muss mir noch kurz korrigieren. Es waren natürlich 11 Tracks. Also ich gehe davon aus, es ist 5,6 oder 6,5 auf die Vinyl aufgeteilt. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition von Trettmann. Trettmann. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Trettmann unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.